Und ich hab gerade meine Pipeline weggebracht. Lass uns das einfach wegnehmen. Oh nein, I'm waiting. Oh nein. Das ist gerade richtig so ein Durchrushen, oder? Ihr habt ständig eben Zombies im Nacken. Ja, Pilz. Oh, gleich kommt 100 pro Tank, ey. Kommt 20 pro Tank. Hier ist das schon so leer. Ja, die sind alle hinter uns. Ja, die klopfen ja schon. Das ist ein Ice Cream Truck. Ja, die sind alle hinter uns. Ja, die sind alle hinter uns. Oh, fucks. Ja, ich liege hier übrigens. Ja. Ja. Ich dachte nur, ihr würdet jetzt gerade etwas klopfen. Ja. 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 Wunderbar. Danke, dass du die Pay-Bomb gebrochen hast. Hast du den Arsch gerettet? Ja. Wieso hast du dich nicht selbst meinen? Ich habe Drogen. Ja, ich habe eine Pay-Bomb, keine Sorge. Ja, schmeißt die am besten sofort. Ja, ich habe den nicht mehr Geld gewusst. Ja, ich habe den nicht mehr Geld gewusst. Ja, aber. Ja, ich habe den nicht mehr Geld gewusst. Ja, aber. Ich bin jetzt ein Safe Rooker. Nein. Wo kommt die jetzt alle her? Wo kommt die jetzt alle her? Nein. Oh, wie viele die kompenden Fakten. Oh Gott. Oh. Nein. Ach komm, stimmt doch nicht. Wie viele sind das? Was für Teufel? Was für Teufel? Nein. Nein. Nein! Nein! Ich kann es schaffen! Ich werde es schaffen! Gebrut! Oh Gott, sie ist Pogger drin! Nein! Nein! Das war genau so wie in dem letzten Mal! Ich gehe in den Raum rein und überall sind Zofis auf einmal! Das war die Sekunde vorher war alles leer! Oh, hi Mark! Oh, hi Mark! Oh, mein Gott! Hallo! Kinky Winky!